Moin Hier hol dich sowieso wieder allein Hörst du mich Bulle? Ich bin nämlich der Night Trader Ich bin eine vollgetankte Selbstmordmaschine Ich bin der Night Trader Baby Spätestens, dass er keinen Sprit mehr hat Er war als Ersthelfer Leben Sie das mit? Ja gerne Der Night Rider Denke an ihn, wenn du in den Himmel siehst Denke an ihn Na, kommt er hier hoch? 43,7 Volt zeigte er nur noch an Aber er wühlt sich ja rauf Er schafft es Er schafft es So Geschafft Unglaublich 1 3 2 2 3 3 4 4 4 5 6 4 6 7 hallo meine lieben freunde heute ist sonntag der heute sonntag der 24 wie ich euch versprochen habe wenn wir heute eine große plöner see tour machen am plöner see rum und noch außerhalb ein bisschen so eine auch wieder 45 46 48 kilometer tour am start ist hier mein wie ihr seht man ioniq 5 weil das bedeutet mein hyundai ist auf dem weg nach bremerhaven für einen neuen hochvolt akku und so sieht er aus das echt ein witziges auto verbraucht mir aber persönlich ein bisschen zu viel strom aber das ist dann so jammern auf hohem niveau nach so ein schickes e-auto passt natürlich ganz gut zu meinem e-scooter und er ist ein bisschen sensibel wenn ich in der nähe vom auto bin dann schließt er sich auf abgeschlossen ja hier ist mein scooter am ioniq 5 und dann werde ich natürlich wieder komut starten für mich entsprechend leiden zu lassen ich werde das natürlich auch alles aufzeichnen wieder für euch so ist alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle so die handy halterung ist echt cool ich werde mal komut starten ach leute so dann gehe ich auf meine ich zeichne erst mal auf wartet mal schon mal aufzeichnung feuer frei genau so und dann gehe ich auf meine profile ich habe das natürlich schon als geplant hier abgelegt großer hier weiter blick ins land großer plöner see runde von plön 47,9 kilometer und das werden wir machen also starte ich das jetzt ja läuft alles loslegen machen wir den scooter noch mal an und legen los meine lieben stände einklappen ich hoffe die kamera ist gut ausgerichtet oder halbwegs anständig ausgesetzt macht ja auch ganz gut geklappt temperatur technisch haben wir liegen wir jetzt im bereich 26 grad so 27 schön warm bisschen es zieht sich langsam ein bisschen zu es waren aber auch klar aber es ist halt so so fangen wir mal los zum hauptbahnhof auto ist abgeschlossen habe ich irgendwas vergessen nichts vergessen also waren wir los ja jetzt kommen wir hier auf den kleinen nach berlin ist es von hier 354 kilometer ich glaube ich muss hier auf dem bahn des vorplatz aber warte mal ich muss natürlich auf die navigation starten ich seppel ne folge der tour auf radfernweg richtung osten ich fahre mal hier auf den bahn des vorplatz schauen wir mal ob ich hier richtig bin geradeaus auf radfernweg radfernweg ok mache ich das doch hier ist einwandstraße ich fahre falsch drehen wir mal ich hoffe ihr können so ein bisschen gucken soll da nicht klappen radfernweg muss ich wieder nach rechts na gut wenn er sagt nach rechts ja dann mache ich das doch das ist hier ein fahrradweg da muss ich auf die straße hier ist der fahrradweg meine lieben das ist bestimmt aber gemeint ne ja sind wir auf kurs in 120 metern leicht links abbiegen und radfernweg folgen danach in 200 metern geradeaus auf euthiner straße in 50 metern leicht links abbiegen und dann in 90 metern geradeaus auf euthiner straße ja hier kann man die große plöner sehen rumfahrt machen aber das machen wir ja auch bloß auf zwei räder ne und nicht mit einer schiffsschraube meine lieben ich stelle ich noch mal ein bisschen höher so ist besser koppel ich mich mal hier wieder ganz raus manuell so akku stand voll power 54,4 volt das sollten wir heute locker schaffen so dann machen wir mal eine schöne geradeaus auf euthiner straße eine schöne tour die kunden dieser links lastig na ich muss sie noch mal noch ausrichten hier. Und nach zehn Kilometern Lenker nachziehen, richtig. So, ich richte das noch mal anders aus hier. Mein Gurt, okay. Gut, so machen wir mal Aussichtspunkte. Genau, wir haben jetzt 56 Meter zurückgelegt. Ich lasse euch mal diese Einstellung und 47,5 Kilometer haben wir noch nach. Finde ich ganz praktisch, dann könnt ihr mal ein bisschen gucken, wie weit wir denn schon auf unserer Strecke sind. So, heute rase ich auch nicht so, sondern heute ist Strecke genießen angesagt. Hoffentlich sind noch... Das funktioniert das letzte Mal ganz gut. In 200 Metern an der Gabelung rechts auf Fahrradwegen. Okay. Das funktioniert das letzte Mal ganz gut mit dem Mikrofon. Das habe ich hier wieder an meinen Gurt reingeklemmt. Und ich brauche da auch nicht zu schreien. Also man versteht mich ganz gut. Das fand ich sehr sympathisch. Jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Aber das ist ja alles für den IO-Hawk überhaupt kein Problem. So, folgen wir mal der Fahrradfahrerin. Die hat so einen kleinen Längerspiegel, den habe ich mir gestern auch bestellt bei AliExpress. Danke für drei Euro. Und dann habe ich mir bei AliExpress mit dem quietschenden Reifen noch zwei Teile hydraulische Bremsen bestellt. Wie die eingebaut werden, werde ich euch zeigen. Das geht ganz schnell. Viele machen da einen riesen Film von und eine Raketenwissenschaft. Ich werde euch zeigen, wie die Perle das einbaut. So, wir sind ja auf Kurs. Ich glaube, ich überhole mal. Ich komme rechts vorbei. Danke. Das ist hier natürlich nicht so schön. Bei der Straße und den ganzen Autos. Da haben mich doch die Äste gerade erwischt. Da muss man sich aufpassen. Ich stehe natürlich auch nicht hoch. Mit dem Kopf ist bestimmt 2,20 Meter über Grund oder 2,40 Meter. So, wir haben 2 Kilometer haben wir schon erreicht. Jetzt liegen nur noch 46,5 vor uns. Hier ist natürlich auch Malente in der Nähe. Auch viele Touristen. Ist das hier Fahrradweg? Natürlich. Da war ich mal ein bisschen langsamer. Ich glaube ja. Hallo. 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 Ja. Ja, jetzt fahren wir. Auf der Straße hätte ich jetzt auch keinen Bock, ne. Und ich brauche dringend so einen kleinen Rückspiegel. Oh, nicht windig. Aber ihr solltet mich eigentlich verstehen. Ich habe ja eine Dead Cat da auf dem Mikrofon. Das ist diese tote Katze. Die schluckt einiges an Windgeräuschen. Sag mal, wenn ich hier längst fahre, komme ich zu meiner alten Kaserne, glaube ich. Wo ich meine Unteroffiziersausbildung, meine Martenausbildung gemacht habe. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir die fähige Tasche. Ja, ich glaube, da vorne müsste sie gleich kommen. Ja, da haben sie mich hier drei Monate lang gefickt, ne. Das war richtig heftig. Und da war ich auch noch in der Fickerinspektion. Also die beschissenste überhaupt, ne. Mit den ganzen Schleifern und so. Ja, da habe ich mal einen Unteroffizier gemacht. Kastbilletheater, echt. Ja, ist sie. Bist der Eingang zur Kaserne. Marine, genau. Seht ihr hier? So zeige ich euch mal. Marine Unteroffiziersschule ist das hier. Lehrsammlung Marine Unteroffiziersausbildung. Hier wirst du Experte und Führungskraft. Ja, was hat es mir gebracht? Gar nichts. Aber scheißegal. Trotzdem Spaß gehabt da. Hier haben die mich fit gemacht für den Marathon. Echt unglaublich. So, da muss ich mal aufpassen. Ich muss einmal rechts ab. Er labert gerade, ich soll irgendwo rechts abfahren. Also das Kommut ist echt klasse, ne. Jetzt rechts auf Missionsweg. Aha. Wir müssen hier rechts abfahren. Seht ihr? Nach Bösau. Und Ruhleben. Okay. Ich glaube, jetzt kann der Spaß beginnen. Ja, rechts von uns ist die Marine Unteroffiziersschule. Und da bin ich, glaube ich, auch zum Feldwebel ausgebildet worden. Wie ich Z8 geworden. Hatten sie mir Angebot. Feldwebelausbildung und dann Zeitsoldat acht Jahre. Habe ich gesagt, Alter, ihr könnt mich mal am Arsch schlecken. Wo ist meine Inspektion? Kann ich die hier irgendwo sehen? Ja, hier sind wir längs marschiert. Genau. Zum Frühstück. Hier ist irgendwo Frühstück. Oder war irgendwo Frühstück. Genau. Schiffslehrküche ist hier auf der rechten Seite. Ich glaube, Offiziersmesse rechts. So, und wenn ich jetzt hier nach rechts gucken würde, müsste ich meine alte Inspektion vielleicht sehen. Also die haben uns hier richtig hart satt gemacht, ne. Also das war drei Monate Dauer ficken, ne. Ich kann euch sagen, boah, heftig. Ja, da hinten. Jo, okay. War aber trotzdem eine lustige Zeit. Ich will das nochmal neu ausrichten, mein Gott. Ja. Genau. Und hier seht ihr mein Komoot. Seht ihr das? Nö, seht ihr nicht. Ist auch egal. Das funktioniert sehr, sehr gut. So, wenn man hier auf Asphalt ist, dann kann man auch mal einen Länger loslassen. Hier scheint ein Campingplatz zu sein. So. Ist heute wieder Tag des Moin, ne. Das letzte war, ne. War geil, ne. Grüßen alle, ne. Super. Na ja, klar, weil man nett ist. Da sind die auch nett zu einem, ne. Aha, hier ist ein schöner Campingplatz. Und ich habe meine Sonnenbrille gar nicht mehr, die ich sehr will, ne. Die habe ich mir mal augelegen lassen. Na gut, dann ist das halt so. Und dann lasse ich die Sonnenbrille halt im Auto. Dann halte ich halt die Lesebrille auf, ne. Und Dusche oben rüber, ne. Habe ich vergessen, ne. Und zurückfahren jetzt die dreieinhalb Kilometer habe ich auch keine Lust. Mal ziehen wir jetzt durch. Habe ich meine Brille dann liegen lassen. Mein Gott. Und ich wollte mich schon freuen, dass unser Hemm ist hier. Nun gut. Hab ich da versagt. Da können die Leute mir wenigstens in die Augen gucken. Ist auch nicht schlecht. Bisschen schlechter Asphalt hier. So, ich muss hier nochmal ein bisschen hinzupfen. So ist besser, ne. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen zu hoch, ne. Kann ich euch noch einen Tick weiter nach unten schieben. Das mache ich mal. Alter, das Gequietsche geht mir ja auf den Sack, ne. Ich ziehe euch mal ein bisschen weiter runter. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, ne. So. 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 So seid ihr richtig, ne. Fachklinik. So. 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 über zwei Tonnen. Na gut, mein Kona wiegt ein paar hundert Kilo weniger und er verbraucht natürlich auch ein bisschen mehr an Strom. Und ist nicht so antrittsdynamisch wie mein Kona. Mein Kona hat also wesentlich mehr Feuer und auch mehr Drehmoment als die Kiste. Na gut, das ist der mit Single-Motor, mit Heckantrieb. Den gibt es auch mit Dual-Motor, der hat über 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ist natürlich verrückt. Nächster rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Dann fahren wir rechts. Oh Sau. Hallo. Moin. Moin. Ist der funktioniert? Okay. Folge dem Weg 1,7 Kilometer. Ja, also der IO-Rock, das ist echt ein robustes Monster. Ein Spaßmobil, ne? Beste Kauf ever. Okay, ist ein bisschen teurer, aber der Federungskomfort ist es wert. Hallo. Moin. Der links ist besser. Ja, das ist hier mit der Lenkerklemmung, ist das eigentlich eine gute Geschichte hier an dem Ding. Ist ein bisschen umständlich, aber er funktioniert ausgezeichnet. Geht mal nach rechts. Aber das muss man nach 10, 20 Kilometer mal nachziehen, ne? Sicherheitshalber. Man merkt es daran, dass der Lenker so ein bisschen schwammig wird. Ein bisschen flattert, dann hat die Klemmung, die hat sich dann ein bisschen gelust oder eine von den beiden. Das sind ja zwei Klemmung. Das muss man mit einem Wechsel anziehen. Aber nach der Fahrt durch das Gerüttel und so, gerade wenn man so welche Strecken hier fährt, macht das dann das Ganze nochmal anzuziehen. Hier auf der linken Seite ist der Plönersee. Seht ihr gar nicht? Ich bin jetzt fünf Kilometer zurückgelegt. 52, also unter Last, ne? Kann ich jetzt wegnehmen. 53 Volt. Und wenn ich jetzt so langsam hier rumschleiche, ich weiß nicht, mit 20 oder so. Wenn ich jetzt mit 20 fahre, verbraucht er natürlich auch entsprechend Strom, ne? Wenig Strom. So, jetzt muss ich mich mit ein bisschen bücken, dass ich wieder hier gleich volle Möhre da die Äste ins Gesicht kriege. Und auf den Helm. Gesicht wäre natürlich noch schlimmer. Wieder viel Insekten unterwegs. Zeig halt ein bisschen Suche. Man will hier auch nicht um den Plönersee rumknallen, sondern einfach ein bisschen frische Luft einatmen, meine Lieben. Ja, ich habe ja was zum Trinken mitgenommen. Hier meinen Tritorp wieder. Und da habe ich auch mal so Snacks dabei. Hier so eine Schinkenwürste. So eine Art Beef hier im Lang, ne? So ein geräuchertes Zeug, ne? Und das nasch ich dann immer weg, wenn ich mal eine Pause mache. Da ist Moin Personal. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Da kommt Hallo. Moin. Hi. Das waren keine Norddeutschen. Die hätten eindeutig mit Moin zurückgeantwortet. Aua. Hier. Soll ich mal da rechts rüber? Achso, wir kommen sogar automatisch in die rechte Spur. So, das ist ja hier wie Zug fahren. Oh, ist das windig. Morgen wird das richtig stürmisch hier. 46, 47 Stundenkilometer. Und heute haben wir so 20 kmh. Das war eben gerade so 20 kmh. Ja, hier im Norden haben wir immer so ein bisschen, das ist immer luftig hier. Was das Cop dann auch nicht so einfach macht. Ja, gerade meine kleinen Racer, meine Mini Racer, die sind dann natürlich so windtechnisch so ein bisschen empfindlich. Also das funktioniert nur gut, wenn Schlaute ist. Also wenn kein Wind vorhanden ist. Ich bin gerade über den Ding Stein gefahren. Das Ding hat da so geknallt. Ja, aber was der so wegschluckt, ist schon. Ist schon geil, ne? Aua, schon wieder über den Stein. Ja, Perle muss da natürlich auch direkt über den rausstehenden Stein fahrt. So logisch ist es schon wieder einer gewesen. Perle nimmt sie alle mit. Ja, das tolle ist natürlich, dass man solche mit diesem Scooter solche Tour noch machen kann. Moin. Moin. Du siehst nicht. Die sind ja nicht so freundlich wie an der Küste, aber ich gebe nicht auf. Guck mal, mit der Brille hat man auf die Ohren vorzahlen, dann sehe ich das Display besser. 6,16 Kilometer. 6,7. Rest 41. Nicht so hart hier heizen, ne? Boah. Gehen wir nach links rüber. Pfff. Mücken. Boah. Ich bin so schön schwamm Mücken geflogen. Hier sind wir sie jetzt rechts von uns. Ich habe es gerade gesehen, ein Pferdchen war da eben gerade. Wir sind hier mit Pferden unterwegs. Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach umkehren. Ah, rechts ab. Ja, da ist ein Stop zum Gucken. Das machen wir mal. Hier ist der. Hallo. Jetzt rechts abbiegen, danach umkehren. Jetzt rechts abbiegen, danach umkehren. Moment. Hier kann man nicht rechts abbiegen. Doch, hier kann man rechts abbiegen. Ja. Da lassen wir mal die Fußgänger vorbei. Das ist mit rechts abbiegen gemeint. Aha. Ja. Schönes Strandstück steht hier. Na, das gucken wir uns noch mal an. Hallo. Moin. Das war Norddeutsche, hoffe ich. Bei nächster Möglichkeit umkehren, danach rechts abbiegen. Bei nächster Möglichkeit rechts. Hallo. Oh, das ist ja nett hier. Aua. Also Sand mag die Kiste gar nicht. Oh. Oh. So. Gebt mir nicht mal die Aufnahme. Und schön mal ein bisschen. So meine Lieben. Kleines Päuschen gemacht, mit einer netten Dame gesprochen und weiter geht's. Tschüss. Ohne hier darf ich noch nicht. Hier ist zu weich. Und wieder den ganzen Scooter eingesaut hier. Ein bisschen Hütschung soll er ja sein, ne? Ich hab dir die Karte in der Hand weg. So. Bei nächster Möglichkeit rechts. Hier ist echt eng. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. So. Jetzt drängt's. Ich blende euch mal das Foto ein. Von der Stelle. Nette Ecke hier. Voll wie den Weg eines Thomas sind Kilometer. Hallo. Hallo. Die Seen sind ja alle miteinander connected. Das ist ja nicht nur, das hier vorne rechts ist ja der große Plönersee. Und das ist ja eine ganze Seenkette hier. Und das ist ja eine ganze Seenkette hier. Und das ist ja eine ganze Seenkette hier. Frisch abgemäht hier die Felder. Oh. 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 Hallo. Moin. Hallo. Moin. Das Werder ist ja immer noch gut, ne? Unglaublich. ich mache noch mal die Bremsechen und check noch mal meinen Lenker, warte mal, was sagt der Lenker, ja, den muss ich mal ein bisschen nachziehen hier, den muss ich glaube ich mal ein bisschen nachziehen, welches ist das, der hier, das ist noch gut, ok, habe ich gerade gemerkt, Links wäre schöner, ne, aber ich fahre hier weiter, ich bleibe hier auf meiner Spur, dann hoppelt die hier hin, halt längst, ist nicht schlimm, das finde ich auch schön, dass Komoot einem anzeigt, wenn man auch mal so ein Päuschen machen kann, ne, Diese scheiß Masken, überall liegen die Masken rum, selbst hier, zum Kotzen, von der Links seht ihr auch, See, Ich kann ja mal gucken, wie schnell ich hier längs fahre, das sehe ich ja gar nicht, das blende ich euch mal ein, so, warte mal, zack, zack, falsch schnell kann man hier ja nicht, Ja, wir schleichen hier mit 15 längs, ne, Ich muss mich mal anders positionieren hier auf dem Ding, so, so, schöner, sowieso die Beine hintereinander, ne, So, jetzt fahren wir hier mal rüber, ein Dackel, noch ein Dackel, hallo, ne, kein Raucherdackel, ein Dunkeltackel, schön hier, echt, ist wieder angenehm, so, warte mal, ist jetzt hier durch, jo, fahren wir hier mit geschmeidigen 16, Hallo, Moin, und wieder fahre ich natürlich, über den einzigen Stein da raus, guck, ne, dann schlägt er durch, ne, und dieses Knallen, immer, was ihr hört, dann schlägt die Federung durch. Die Fahrradfahrerin fragte mich eben, ob das nicht, sie sagte, wie weit kommen wir damit, ja, wenn man leicht ist, bis 90 Kilometer. In 140 Metern an der Kreuzung, die wären auch gegen. Mach recht. Wie bin ich falsch, nö. Warte mal. Das ist eine gute Frage, ne. Das beobachte ich mal. Kann doch sein, dass ich falsch bin. Nö. Eigentlich nicht, ne. In 80 Metern an der Kreuzung umkehren auf Weg. An dieser Kreuzung umkehren auf Weg. So, hier müssen wir mal gucken, ja. Irgendwie gefällt mir das hier mit dem Navi nicht. Ah, jetzt haben wir es. Ja, weil ich möchte natürlich, dass er nach vorne guckt, ne. Muss ich hier rechts hoch. Jetzt geht es schnell weg auf. Aber überhaupt kein Problem. Okay. Okay. Das quietschen, was er immer hört, ne. Das stört mich. Das ist dann bald Geschichte. Das hat nämlich damit zu tun, dass diese Zoom-Scheiben bremsen, dass sie nur einseitig zubeißen, ne. Also, die eine Backe ist fest und die andere drückt zu. Das ist natürlich blöde, weil dadurch bändet man natürlich auch die Bremsscheibe. Also, drückt man die Bremsscheibe rüber. Man verformt sie natürlich minimal, ne. Nicht doll, aber... Und das führt nachher zu diesem doofen Quietschen, ne. Habe ich das vorne? Vorne minimal, aber hinten stärker. Das war hinten. Und das ist vorne. Beide quietschen. Das macht mir Spaß, das finde ich echt gut hier. Und ich brauche auch gar nicht so am Rasen. Zählen reichen mir vollkommen aus. Ich muss ja nicht hier. Power, ne. So, jetzt kommen hier Fahrradfahrer. Jetzt muss ich überhaupt ein bisschen nach rechts in die Rabatten. Hallo. Hallo. Dass die an mir vorbeikommen. Hallo. Oha. Hier ist Sand. Hier muss man vorsichtig sein. Hier schiebe ich ihn rüber. Also Sand ist saugefährlich, liebe Freunde. Hallo. Hallo. Häuschen. Mit Bier? Geil. Ja. Lass dich schmecken. In 80 Metern an der Gabelung rechts halten. In 60 Metern rechts halten auf Straße, danach geradeaus auf Klöner Straße. So, ich muss bei der Erde aus. Ich muss schon aufpassen, wenn ich das Auto kommt. So, gehen wir mal wieder hier auf. 10 Kilometer haben wir schon, ne. Unglaublich. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach rechts auf Radfernweg. Ja, ja. Geradeaus auf Klöner Straße, danach rechts auf Radfernweg. So, ich muss jetzt weiter. Jetzt rechts auf Radfernweg, danach geradeaus auf Klöner Straße. Genau, ich muss jetzt hier rauf. Hier ist der Fahrradweg. Hallo. Hallo. Jetzt sage ich schon Hallo, ne. Folge den Weg bei nächster Möglichkeit geradeaus. Moin. 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 Ah, siehste, geht doch. Guck mal, das sind die Schilder. Fußgänger und Fahrradfahrer. Das Blaue. Jetzt geradeaus auf Klöner Straße. Das gibt es auch in Weiß. Das bedeutet, dass man da nicht so längs heizen sollte. So, jetzt bräuchte ich... Normalerweise im Rückspiegel hätte ich den Wagen auch rechtzeitig gesehen. So. 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 Das wäre hier. Bei nächster Möglichkeit links abbiegen danach in 350 Metern rechts auf Stadtbeker Straße, K 32. Jetzt links auf Bischof-Vizelin-Damm. Sind wir hier richtig? In 160 Metern an der Gabelung rechts auf Stadtbeker Straße, K 32. In 70 Metern rechts auf Stadtbeker Straße, K 32. Das ist die Frage, muss ich jetzt rechts oder hier war der geradeaus? Hier war der geradeaus, ne? Hier ist ein Fahrradweg. Den nutzen wir, meine Lieben. Da habe ich mich hier reingeblinkert. Die Tour wird jetzt umkehren. Ich bin falsch. Oder? Moment. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Ich bin irgendwie falsch. Ich bin falsch. Ich muss zurück. Ich hätte da vorne wohl links müssen. Jetzt umkehren. Ja, ja, mach ich doch. Ich bin falsch. Bei nächster Möglichkeit links nach links abbiegen auf Stadtbeker Straße, K 32. Stadtbeker. Jetzt links auf Bischof-Vizelin-Damm K 32. Danach links abbiegen auf Stadtbeker Straße, jetzt links auf Stadtbeker. Ja, hier muss ich rein. Ja, hier bin ich richtig. So, die ersten zehn Kilometer haben wir geschafft. Jetzt rechts abbiegen, auf Strandweg danach umkehren. Sag mal, warum? Strandweg? Jetzt rechts auf Stadtbekerstraße, K 32. Punkt zwei, was soll das hier sein? Ich schau mal nach. Jetzt umkehren. Ach so, das ist ein kleiner Strand. Das machen wir doch mal hin. Badestrand. Das gucken wir uns doch mal an. Da sind sie am Grillen. Hoin! Oh, das riecht hier nach Grillbürstchen, lecker. Ja, hier ist Strand. Okay. Die Tour wird jetzt umkehren. So, jetzt können wir hier Eis essen. Das ist der Badestrand Bosau, meine Lieben. Okay. Ja, ist doch gut, das wäre der erste Klasse für sowas. So fahren wir wieder zurück. Jetzt umkehren. Badestrand Bosau. Die Tour wird jetzt umkehren. Bei nächster Möglichkeit rechts. Bei nächster Möglichkeit rechts. Das Wetter ist natürlich ein Traum, ne? Ja. Siehst ja, wir sind auch. Jetzt rechts auf Stadtweker Straße, K 32. the best track. So fahren wir den Weg 1,5 Kilometer. Siehst du, ist unsere eigene Entwirkung. Boah, ich fahr hier immer durch Schwärme von Mücken. Oh, ich fahr hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, jetzt geht es hier ein paar Steilwerke auf. In 180 Metern leicht rechts auf Radfernwegen. Alle Zustand 49,1 Volt. Jetzt muss ich noch ein paar Fliegen aus dem Gesicht wischen. 50,7 ohne Last. 12,8 Kilometer haben wir, 36 müssen wir noch. Moin. Moin. In 200 Metern rechts und Radfernweg vollgehen. Geht uns gleich mal rechts rum, mal gucken. Jetzt rechts. Wie ein schöner Radweg hier. Moin. Hallo. 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 Da war ich jetzt Mundfaul, habt ihr gemerkt. Da muss ich hier rüber. Hallo. Oh, waren die am ächzen. Jetzt ist da Möglichkeit, geradeaus. Danach geradeaus auf Stadt Böck, K 32. Jetzt geradeaus auf Stadt Böck, K 32. Moin. Jetzt geradeaus auf Stadtbind K49 danach in 200 Metern geradeaus auf Radfernweg. In 150 Metern geradeaus auf Radfernweg. Hier geht es weiter. Das war gut. Ich dachte schon, ich muss auf die Straße. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Na, ist schon ein bisschen Zuge hier. Moin. Hallo. Moin. 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 Also von den Temperaturen optimal. 26, 27 Grad haben wir. Perfekt. Richtig angenehm. Oh, der ist aber schon hochgewachsen hier. Moin. 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 Da verschmutzt der Radweg. Da, hier ist die Verschmutzung. Soll ich noch mal ein bisschen weiter nach vorne kippen? Ich habe ja mal ein bisschen weiter nach vorne gekippt, mir hängen schon wieder die Viecher im Gesicht. Moment mal, ich muss mir mal das ganze Drecksache aus dem Gesicht wischen. So, weiter geht's. Alles schick. 50,1 Volt haben wir noch, alles gut. 33 Kilometer sind noch vor uns. Haltet durch. In 200 Metern geradeaus auf Sandberg K49. Moin. 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 In 80 Metern geradeaus auf Sandberg K49. In 200 Metern rechts auf Am Halle. Läuft die Bildschirmaufnahme noch? Ja. Moin. Kaugummi-Automaten habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Hier gibt es die noch. Läuft die Bildschirmaufnahme. Bei nächster Möglichkeit rechts. Jetzt rechts auf Am Hallen. Und bei nächster Möglichkeit links. Bei nächster Möglichkeit links. Läuft die Bildschirmaufnahme. Jetzt links auf Lützer Höhe. Hier ist wieder ein Fahrradweg. rechts. Boah, das ist auch schön hier, ne? Folge dem Weg 850 Meter. Zeige ich euch mal. Boah. Hier, seht ihr das? Seht ihr, ne? Weite Landschaften. Ist das im Navi irgendwie als Tipp eingezeichnet? Ne, ne? Nö. Okay. Oh, dreh dir das hinterher durch. Oh, dreh dir das hinterher durch. Pferde verboten. Eine Brücke. Boah. 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 Es riecht hier aber nach Sauerstoff. Boah. 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 Ich glaube, ich muss nach links. Nach links will ich wieder auf die Hauptstraße fahren. Die Frage, bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Das ist auch noch mal so ein kleiner See rechts von uns. Bei nächster Möglichkeit rechts. Jetzt rechts. Na klar. Über kleine Seen hier rechts und links. Folge dem Weg 1,7 Kilometer. Jetzt geht es hier mal bergauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, da brennt schön aus Öl. Ja, wieder so ein bisschen langweiliges Stück hier. Aber gut. Damit kann ich leben. Ist das richtig ausgerichtet? Jetzt habe ich mal einen Schwung verloren. Geht bergauf. Und wie? Das sieht man gar nicht im Video, wenn das bergauf geht. Da geht es jetzt wieder bergab. Hurra. Ich kann wieder Strom sparen. Dann lassen wir doch mal rollen. Ich muss hier bleiben. Gut nemmten. Nach rechts. Und Pferdchen. Stehen da auch so rum. Sande. Hier kann man Honig kaufen. Auch schön hier. Links der See. Jetzt geht das wieder echt heftig nach oben. Bei nächster Möglichkeit links. Ah, da vorne. Jetzt links auf Weg. Ich bin auf. Jetzt geht's. Und dann geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 20 Kilometer haben wir gleich voll. Das war's für heute. Und noch 28 Kilometer vor uns. Moin! Die Kamera läuft noch, unglaublich. Aber ich kann mal aus und wieder anmachen, oder? Nee, lass laufen. Die meldet sich schon. Moin! Oh, Pferde! Schleswig-Holstein, plattes Land. Oh, das riecht hier aber nach Pferdeämpel. Haben wir aber auch eine Marke drauf. Bei nächster Möglichkeit links. Stocksee. Stocksee. Wir sind in Stocksee. Jetzt links auf Dorfstraße L68. Ja, links. Das kann ja nur hier sein. Ja, wunderbar. Torfstraße. Sind wir richtig? Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Das Wetter ist besser, als ich erwartet habe. Also Wetter.com sagt, das soll alles bewölbt sein. Hier gibt es einen Oldtimer-Treffer am 17.7. am Museumshof. Stocksee. 100 Metern rechts auf K57. 1347 gegründet. Schon ein bisschen her. Oh, Wind. Ich glaube, ich muss gleich nach rechts. Jetzt rechts auf K57. Hohin. 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 Holger. Hohin. 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 Ich habe noch so ein komisches Geräusch, habe ich da irgendwas verloren? Ich fahre nochmal zurück. Null, hab nichts verloren. War eine akustische Tollschung. Weiter geht's. Wir sind wieder einsatzbereit. Ja, war gerade, wie gesagt, mein Akku leer in meiner Action-Cam. Den habe ich gewechselt. Und weiter geht's. Ich habe nur 300 Meter verpasst. Ihr habt nur 300 Meter verpasst. Okay. Ja, hier kann man Heidelbeeren pflücken. Blaubeeren und Heidelbeeren. Kilo, was war das, 8 Euro? Und wenn man 2 Kilo nimmt, das Kilo 7 Euro. Hier auch Heidelbeeren, Himbeeren und Süßkirschen. Kann man sich selbst pflücken, ne? Ein Trabi. Alter, papp, 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 papp. Rundra? Wuhh, da? B ist 9 Euro und 3. Ai, ai, ai. Oh, no. So. 25 Kilometer liegen noch vor uns. Wir haben gleich Halbzeit. Akkustand sagt jetzt unter Last 46 Volt. Ui, das wird knapp. Ohne Last 48, oder? Check ich mal. Ja, 48. 1,5 Kilometer. 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt scharf links auf den Weg Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich schwebe hier rüber Moin! Keine Moin sage! Muss ich meinen Gurt mal zurecht zupfen Geht hier schon wieder bergauf! Ich habe das Gefühl, es geht nur bergauf! Habe ich schon die Alpen erreicht? Die schleswig-holsteinischen Alpen, die Plöner Alpen! Ah, vorne grüner Strom, immer gut! Mit dem betanke ich meinen Scooter! Mit der Möglichkeit rechts! Soll ich das jetzt abbiegen? Jetzt rechts! Jetzt rechts! Ja! 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 Wir nähern uns der 30 Kilometer Marke! Bei nächster Möglichkeit links abbiegen, danach rechts abbiegen! Also erst links abbiegen! Also erst links, dann rechts! Moin Personal! Moin! 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 whereas Moin Handy Moin! Wo ist recherchiert? Moin! große Strecke! Und jetzt érnam homeschooltrität! zack, zack, zack. In 200 Metern geradeaus auf am Ringreiterplatz, danach rechts abbiegen auf Gasweg. Oh, muss ich wieder auf die Straße. Schauen wir mal. Jetzt geradeaus auf am Ringreiterplatz, danach rechts abbiegen auf Gasweg. Achso, Schmalenseesen wird in Schmalensee. Jetzt rechts auf Gasweg. Dann fahren wir nochmal auf dem Gasweg. Blinkern. Okay, hätte ich gar nicht Bremsen brauchen. Aber man muss immer mit dem Unerwarteten rechnen. Hier kann ich schön rollen lassen. Oh, das riecht hier komisch. So getreidemäßig. 7 Akkustand 47 Volt. Blende ich euch mal ein. Jetzt unter leichter Last. Und wenn ich Strom wegnehme, 47,5. Alle noch im Grün. Bei nächster Möglichkeit links. Jetzt links auf Dorfstrasse B430. Okay, muss ich hier auf. Dorfstrasse B430. Dorfstrasse B430. In 250 Metern rechts auf Belauer Strasse K80. Belau rechts, da muss ich hin. Jetzt rechts auf Belauer Strasse K80. Jetzt rechts auf Belauer Strasse K80. Das riecht ich auch. Bei nächster Möglichkeit links halten. Kamera läuft noch. Ah, ich sehe wieder links an See. Jetzt links halten. Zeig dir auch das Navi an. Folge dem Weg 3,3 Kilometer. Na klar. Ich folge dem Weg 3,3 Kilometer. Da gibt der Becker auf. Oder da oben hat aber auch zu kämpfen. Schon in den ersten Gang geschaltet. Nach ein bisschen. Auf gehts. Und dann sieht es dir auf. Diese Straßenetappen finde ich persönlich nicht ganz so spannend. Achtung, Fahrrad. Kreis Blöden sind wir jetzt wieder. Ach, das ist ein Fahrradweg. Ich war es dran vorbei geknallt. Hier oben sieht man das. Fahrradfrei. Das ist gut. Kommen wir weg von der Straße. Achtung, Kopf einziehen. Nochmal Kopf einziehen. Oha, da vorne richtig Kopf einziehen. Richtig Kopf einziehen, eine Eiche. Und AA auf der Straße nicht rüberfahren. Pferde AA. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Belau. Belau. Jetzt geradeaus auf Torfstraße. Hier darf ich jetzt nicht mehr. Hier muss ich wieder runter. Aber hier ist ja nun auch der Hund begraben, so wie es aussieht. Ich brauche jetzt zu wenigstens. Ich brauche noch der Hund. Ich brauche nur die Höhe hier herauszufinden. Hier sind die Höhe da bleiben. Das ist nur die Höhe. schon wieder hart bergauf so, wir haben gleich die 30 km geknackt könnt ihr noch? also ich kann noch, dann könnt ihr auch noch ja, ich muss schon ein spezieller mensch sein, wenn ich solche videos noch angucke hey, geht nur bergauf hier hmm jetzt kann ich rollen lassen die haben hier natürlich ihre Ruhe, hier ist ja gar nichts los der See gleich in der Nähe so, sind wir schon wieder aus dem Dörflein raus und da ist das Fädchen, was alles voll gekackt hat links, offengebig seht ihr das da vorne? da in 17 km haben wir unsere Rundtour beendet naja, ist noch ein bisschen nach 31 km haben wir jetzt auf der Uhr ok 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 wir sind Es riecht hier ländlich, aber eher so nach geschnittenem Gras, was vor ein paar Tagen geschnitten worden ist, nach so altem Gras, das ist wahrscheinlich das Feld hier links, was er ausgast. Wenn die Sonne so einen so trifft, ist das schon warm. Da blinke ich mich doch mal rauf. Jetzt geht es Richtung Wankendorf. Da fahre ich mal ganz langsam an den vorbei. Hallo! Eine Rummel hat mich gerade an der Nase getroffen. Jetzt ist meine Nase bestimmt gelb von den ganzen Pollen. In 200 Metern scharf rechts zum Fahrradweg vorgehen. Hallo! So, wo muss ich jetzt längst? Nach rechts. In 90 Metern scharf rechts und Fahrradweg vollgehen. Jetzt scharf rechts. Ja, geht gleich los. Lass mich doch jetzt mal zu Ende fahren hier. Da muss ich hier rechts rein. Das ist auch Fahrradweg, das ist doch schön. Kann ich hier weiterfahren. Das ist doch schön. Fantastisch. Freude dem Weg 1,4 Millimeter. Wir hatten aber eine schöne Fernseh. Nach links raus. Moin! 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 Das waren auch wieder Moin-Sager. Schön. Oder es sind Touristen, die sich das Moin schon angewöhnt haben. Viele denken ja, wenn man ein Norddeutscher Moin sagt, dass das so ähnlich ist wie Guten Morgen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Moin ist einfach nur Hallo oder Hi. Das sagt man hier zu jeder Tages- und Nachtzeit. Moin! Für die nicht Norddeutschen, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, ne? Also wenn ihr mal... Oh, mein Kona. Also so ein ähnlicher. Also so ein gleicher, bloß eine andere Farbe. Ja, kriegen wir es noch mal wieder, mein Kona. Mit dem neuen Hochholt-Album. Vor vier Jahren kostete er 27.000 Euro. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, angeblich kostet er, sind die Preise ein bisschen gefallen. Also eigentlich stark gefallen. 14.000. 350, 400 Kilo soll das Teil wiegen. Ah, wie wieder ein neues Auto, ne? Wobei der Ioniq 6, den ich jetzt fahre als Leihwagen die ganze Woche, oder wie lange es dauert, der ist auch nicht schlecht. Wenn man ganz sparsam ist, kann man den auch mit 12, 13 Kilowattstunden in der Stadt fahren. Aber da ist der Hyundai Kona, der ist durch kein anderes E-Auto zu schlagen, was die Effizienz angeht. Das ist nach wie vor das effizienteste Auto, ne? Im Elektroautomarkt. Jede Zoe, jede andere Kügelkiste verbraucht mehr. Das ist echt unglaublich. Also zumindest hier Stadt-Land-Fahrt, ne? Autobahn, wenn man natürlich mit dem Knallt, ne? Mit 170 oder so. Ja, der fängt ja auch an zu ziehen, ne? Ist ja klar, ne? Aber mit einem E-Auto fährt man ja nicht so schnell. Man fährt damit effizient. Und mit jedem E-Auto ist es so, um die 95 ist eigentlich eine ganz gute Geschwindigkeit. Wo eigentlich die Geschwindigkeit stimmt und auch der Stromverbrauch, ne? Nicht zu extrem wird, ne? Aber wenn man so mit 130 über die Autobahn brettert, erstmal kommt man viel schneller an. Und man fährt bald richtig Strom, ne? Fangen die richtig an zu ziehen, die E-Autos. Also mein Tipp hängt euch in einem Lkw. So, jetzt muss ich jetzt mal aufpassen. Ich muss nämlich jetzt hier auf die Straße. Ja, macht Spaß hier mit dem iO Rock Legend. Das ist echt ein cooler Scooter, ne? Alles in einem kleinen Dörfer hier, ne? Mit dem dicken Bus. Mach ich. 40 Meter, 30 Meter. 6 Meter. Hä? Tja, das war ja wohl nix, ne? Ist ja vorbei. Muss ich umdrehen. Hab ich geschlafen. Die Tour wird angepasst. Folge dem Weg 850 Meter. So. Ich finde aber nicht, dass er die Tour anpasst. Hier hätte ich irgendwo links rein müssen. Ah, hier. Das ist da nämlich. Die Tour wird angepasst. Ja gut, da hätte er mich ein bisschen später wahrscheinlich auf diese Strecke rauf gelotst, ne? Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links abbiegen. Moin. 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 Jetzt rechts abbiegen, auf Altkampf danach links abbiegen. Ja toll. Hätte ich wahrscheinlich auch... Ne, das ist... Ja, der hätte mich da hinten rechts reingeschickt, okay. Der ist links. Jetzt muss ich hier rechts oder links? Links, sagte sie. Dann fahre ich links. Ja, ist auch richtig. Ja, 46,5 Volt, meine Leven. Das ist auch in grün, sieht gut aus. Dann sagt er, ich werde hier weiter geradeaus fahren, dann mache ich das auch. Jetzt bestimmt noch. Ich wache, dass ich heute hier tolle, ich denke, schluss. Ich habe keine Gefahr los. Ich habe keine Gefahr. Schlipp, die nächste Scharf geschah. Doch, ich habe noch keine Gefahr. Ich habe noch nicht mehr gefahrt. Ich habe noch nie. Ich habe noch nicht mehr gefahrt. Ich habe noch nie. Ich habe noch nicht gewartet. Im Zweiten der Mieter geradeaus auf Holmorskamp. So, hier muss ich rüber. Holmorskamp. Born. Born. hier lasse ich rollen so Cool. 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 So, wir nähern uns den 37 Kilometern, 636, geschwürt bergauf. Jetzt geht es richtig steil da oben, was er auch gern. Aber ich habe ja böse Gegenden. Dersau, wir sind in Dersau, in 250 Metern geradeaus auf Kreiderberg. In 90 Metern geradeaus auf Kreiderberg. Noch ein paar Fliegen aus dem Gesicht wischen. Boah! So. 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 Ich bin auch klar, die Redder. In 250 Metern an der Gabelung rechts halten, danach links abbiegen auf Dorfstraße L 68. In 70 Metern rechts halten auf Räderberg, danach links abbiegen auf Dorfstraße L 68. Ja, da kommen wir dann, fahr doch! Räderberg desriminierungsbots Fertigungsbots Räderberg des半s Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, die schaltet sich nach 30 GB ab, meine Lieben. 30 GB ist Schicht und Schacht. Jetzt rechts. Folge dem Weg 550 Meter. Gehe wieder bergauf. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Da muss es gut aber kämpfen. Jetzt geradeaus auf L68. In 160 Metern an der Gabelung rechts auf Fahrradwegen. In 80 Metern rechts auf Fahrradwegen. Folge dem Weg 850 Meter. Boah, moin. Passiert sich jetzt wieder auf die Straße? Das ist doch scheiße. Ja. Ah, das ist auch eine Therapie. Ich kann fast übersehen. Hier fahren wir weiter, meine Lieben. Hallo, ganz Arschloch. Ja. 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 Wir bond hier in terrible Schicht. Bei nächster Möglichkeit gleich Blitz. Jetzt gleich links auf Neuen Australer Straße, B430. Folge dem Weg 1,2 Kilometer. Moin. Hier hole ich sowieso wieder allein. Hörst du mich, Bulle? Ich bin nämlich der Night Raider. Ich bin eine vollgetackte Selbstmordmaschine. Ich bin der Night Raider, Baby. Spätestens, dass er keinen Sprit mehr hat. Oder als Ersthelfer. Macht es denn als Scooterfahrer die Biker zu grüßen? Geht mir nicht. Ich bin nämlich dafür in der Welt der Zeit. Ich bin der Night Raider. Ich bin ihr Bauch. Ich bin der Nye Klaasch. Ich bin der Nye Klaasch. Sollte Ascheberg In 190 Metern an der Gafli links halten, danach in 390 Metern auf dem Bühne Chassee B430 In 70 Metern links halten auf dem Bühne Chassee B430 Jetzt geradeaus auf dem Bühne Chassee B430 Jetzt auch die Schiffff Das ist doch wohl auch. Da haben wir die Brücke. Wo sieht der aus? Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 6 km 6 km 8 km 7 km 8 km 8 km 9 km 8 km 8 km 8 km 8 km 8 km 9 km 9 km 9 km In 200 Metern an der Gabelung rechts auf Radfernweg. 10 km 5 km 10 km 8 km 10 km 9 km 9 km In 120 Metern rechts auf Radfernwegen, in 70 Metern rechts auf Radfernwegen, bin ich doch. In der Folge, den Weg 3,2 Kilometer. 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 In der Folge, den Weg 4,2 Kilometer. Hörst du mich, Bulle? Ich bin denn nicht der Leichtmeider! Ich bin eine vollgetankte Selbstmordmaschine! Ich bin der Leichtmeider, Baby! Ich bin der Leichtmeider, Baby! Komm, hörst du mal! Komm, noch ein zweiter! Danke. Noch einer, sonst ist es auf. Danke. Und noch einer. Hallo. Danke. 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 Noch 2,7 Kilometer, meine Lieben. Hallo. 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 Akku 45,5 45,5 Volt Hallo! Ein Sammerhauseninsel. Pinzeninsel. Ein Sammerhausen. Bei nächster Möglichkeit, links. Dankeschön. Bei nächster Möglichkeit, links. Ja, gerne. Der Knight Rider! Denke an ihn, wenn du in den Himmel siehst! Denke an ihn! Na, kommt er hier hoch? 43,7 Volt hat er nur noch an. Aber er wühlt sich ja rauf. Er schafft es! Er schafft es! So, geschafft! Unglaublich! Oh, das ist eine gute Frage! Ich meine diesen Weg hier! Diesen Weg hier! Ja! Schauen Sie sich selbst! Dann kommen Sie wieder an den See, ne? Ja, genau! Haben Sie Google? Ja, ja, Google haben wir! Ja, dann geben Sie noch mal einen! Dann geben Sie einen Kunstlinsel Google Maps! Danke! 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 Tschüss! runter. Wunderbar. So, wieder am Bahnhof. 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 Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Jetzt geradeaus auf Strandweg. So, wieder am Bahnhof. So, wieder am Bahnhof. So, weiter geht's. Ich habe hier eine kleine Pause gemacht. So, wieder am Bahnhof. 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 Applaus Moment, hier müssen wir noch längs fahren. Pieschen muss ich noch gar nicht. Ursprung des Lebens. Strandweg erbaut 1929, den wir jetzt gerade längs fahren. Ja, nichts ist unsichtiger als das. So, jetzt muss ich hier glaube ich gleich rechts, links hoch. Oh, da kann ich hier vorne noch weiter. Unter der Brücke durch. In 70 Metern umkehren auf Radfernweg, danach rechts abbiegen. Nee, hier komme ich nicht weiter. Scheiße. 1,80 Meter, bin ich zu groß. Muss ich hoch. Muss ich hoch, muss ich hoch, muss ich hoch. In 40 Metern umkehren auf Radfernweg, danach rechts abbiegen. Standradfahrer absteigen, obwohl ich kann ja ein bisschen hochscooter. in 30 Metern umkehren auf Radfernweg, danach rechts abbiegen. Ich glaube, war der geradeaus und dann gibt es da so einen Tunnel. Ja. Gut, danke. Den wir Sie jetzt schon aufgehalten haben. Nein, haben Sie nicht. Ich habe es nicht eilig. Ich habe es nicht eilig. Jetzt rechts abbiegen, danach links abbiegen. Du bist gleich am Ziel. In 60 Metern geradeaus auf Radfernweg, danach rechts abbiegen. Das ist ein kleiner, puppiger Bahnhof hier, ne? Jetzt rechts abbiegen, jetzt rechts abbiegen, bist an deinem Ziel angekommen. Ja, wir haben es geschafft, meine Lieben. Wir sind durch, aber wir wollen ja noch zum Auto zurück. Erst wenn wir am Auto zurück sind, dann sind wir durch. Genau, hier war das, glaube ich. Jo. Meine Lieben. Das ist unser Elektroauto, unser Ioniq. So, und jetzt sind wir am Ziel angekommen. So, stelle ich den hier nochmal dekorativ hin. So, mein Klappchen. Was ist das hier für ein Scheiß? Äh. Da ist ja eilige Schmiere da an meiner Kiste. Ach, das sind Beeren. Da bin ich von den Beeren getrampelt. Zum Glück habe ich einen Tempotaschentuch dabei. Das ist ja eklig. Ja, so eine Art Blaubeere oder irgendein Scheiß. So. Alles wieder schick. Ja, sind wir angekommen. Mal schauen. Wir waren in Bewegung. Zwei Stunden 27. 49,2 Kilometer. So, dann stoppe ich jetzt. Gedrückt halten. Bup. Äh, Beenden und Speichern. Bup. Für euch. Supi. Gut. Da ist wieder irgendeiner, der was von mir will. Und dann beende ich hier mal die Bildschirmaufnahme. Gut. Ja, also mein Scooter fängt langsam an, richtig übel dreckig zu werden. Hier ist überall Staub. Ja, und das ist der Ioniq 5, ne? Und schaut euch mal den Kofferraum an. Also echt. Mutal. Was steht hier? Information. Okay. Uninteressant. Gut. Ja, hier ist ich. Guck mal, die Brille habe ich vergessen. Ich zappel. Naja. Das ist schlimm. Also passt richtig was rein in die Karre. Der Scooter, allemal. Da kriegst du drei von den Scootern rein. Das ist wirklich verrückt. So, jetzt klappen wir den noch ein. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Ich hoffe, ich war so halbwegs, ich hoffe, ich war so halbwegs zu verstehen. So, das los man hier einfach ein bisschen. Zack. Nur diese beiden Klemmhalter. So, jetzt sind die beiden lose. Die kann man hier die Schöne nach oben ziehen und dann klappt man den zusammen und dann sind wir durch. Aber bevor ich das mache, muss ich das Handy natürlich abmachen, das ist klar, ne? Und ich mache ihn aus. Aus und Handy ab. In die Tasche. So, jetzt können wir ihn, jetzt können wir ihn auch mal klappen. Ich will den hier aushaken. Oh, mein Blinker hier, der hat sich hier gelöst. Den muss ich neu anschrauben. Alles klar. Das mache ich, wenn ich zu Hause bin. Der hat sich etwas gelöst. Der andere ist noch schön fest. Gut. Eine lösbare Aufgabe. So, jetzt hebe ich den hier einfach rein. Wie mache ich das? Mit dem Arsch zuerst. Und am besten auch so die Decke hinlegen. Was ich hier nix trinkig mache. Die kann das nur geliehen, ne? So. So, wunderbar. Dann packe ich in die Kiste noch rein. Paff. Mein Rucksack. Paff. Und dann kann ich euch ausmachen. Und dann sind wir fertig, meine lieben Freunde. Ich kann euch ja mal abmachen. Ich mache euch mal ab. So. Jetzt ist übrigens mal eine Halterung, hier, ne? Wo meine Actioncam dranhängen. So, ich hoffe, ihr hattet... Alter, was ist das denn? Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit der 45 Kilometer Tour. Und hier am Plönersee. Und hier am Plönersee. Und wolltet ihr noch mehr Touren wollen, schreibt es unten in die Kommentare. Lass mir ein Abo da. Und macht die Klingel an. Also Abo, Klingel und in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere solche Touren filmen sollt. Tschüss und Peace. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020